Horror-Gefühle auf das Böse Doch wie bekomme ich sie? Wenn wir ehrlich sind, leben wir oft mit einer Distanz zum Thema Hass auf das Böse. Wir sind oft gelassener als nötig und ignorieren, wie gefährlich das Böse wirklich ist. Aber Gott sieht das anders. In den Augen Gottes ist das Böse absolut widerlich. Sein Wesen ist Heiligkeit und alles, was davon abweicht, ist für ihn ein Gräuel. Gott ruft uns in die gleiche Abscheu gegen das Böse und wir finden diesen Ruf in Römer 12, 9. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Hier geht es nicht um einen bloßen Widerwillen. Paulus fordert eine tiefe Abscheu, ein regelrechtes Horrorgefühl vor dem Bösen. Doch wie kommen wir dahin? Wie bekommen wir diese intensiven Horrorgefühle, die uns davor bewahren, uns dem Bösen zuzuwenden? Die Furcht des Herrn als Quelle der Horrorgefühle. Die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Die Bibel beschreibt die Furcht des Herrn nicht als bloße Ehrfurcht oder Respekt, sondern als eine tiefe Abneigung gegenüber allem, was böse ist. Wenn die Furcht des Herrn in uns lebt, dann werden wir auch die Dinge sehen, wie Gott sie sieht. Wir werden das Böse hassen, nicht aus einem Gefühl der eigenen moralischen Überlegenheit, sondern weil wir Gottes Gefühle teilen. Durch die Furcht des Herrn wird unser Herz verwandelt und beginnt sich vom Bösen abzuwenden, weil es Gott gefallen möchte. Woher kommt die Furcht des Herrn? Die Furcht des Herrn beginnt mit der Erkenntnis, wer Gott wirklich ist. Wenn wir uns seiner Heiligkeit bewusst werden, erkennen wir zugleich, wie schrecklich das Böse in seinen Augen ist. Diese Ehrfurcht verändert unsere Sicht auf die Welt. Umgestaltung unserer Gefühle durch den Geist Gottes. Der Heilige Geist formt und prägt unser Inneres um. Er schenkt uns ein neues Herz und lehrt uns, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. In Epheser 4, 23, 24 lesen wir, dass wir im Geist und in unserem Denken erneuert werden sollen und uns anziehen sollen als neue Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Wenn wir uns dem Heiligen Geist hingeben, nimmt er die Selbstzufriedenheit gegenüber dem Bösen von uns und ersetzt sie durch ein heiliges Unbehagen. Können wir diese Horrorgefühle allein hervorrufen? Nein, diese Gefühle entstehen nicht aus eigener Kraft oder Anstrengung. Sie sind das Werk des Heiligen Geistes in uns. Unsere Aufgabe ist es, uns Gott hinzugeben und ihn zu bitten, dass er unser Herz erneuert. Das Gebet um Gottes Leitung, zeige mir deinen Weg. Psalm 86, 11 lautet, Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Wenn wir im Gebet bewusst um Gottes Leitung bitten, verändert er unser Herz. Dieses Gebet ist eine Bitte um Klarheit, um eine klare Trennung von Gut und Böse in unserem Leben. Wenn wir dieses Gebet ernsthaft beten, wird Gott uns diese Klarheit schenken und mit ihr kommen auch die Horrorgefühle vor dem Bösen. Warum ist diese innere Abscheu vor dem Bösen so wichtig? Wenn wir das Böse verabscheuen, bleibt unser Herz rein und bewahrt vor Versuchung. Es wird uns nicht länger reizen, auf halben Wege stehen zu bleiben oder Kompromisse einzugehen. Gott wird uns durch die Furcht vor ihm auf dem schmalen Weg bewahren. Die Ignoranz der Kirchen gegenüber der Furcht des Herrn. Warum sehen wir heute so wenig Abscheu gegenüber dem Bösen in unseren Kirchen? Viele Gemeinden vermeiden das Thema Furcht des Herrn und sprechen selten darüber, was Gott verabscheut. Doch diese Ignoranz erklärt unseren geistlichen Mangel. Wir sehen Sünde, Skandale, Verwässerung in den Leeren, weil die scharfe Abneigung gegen das Böse fehlt. Die geistliche Lauheit in der Gemeinde heute ist ein Symptom dafür, dass wir den Blick für Gottes Heiligkeit verloren haben. Wie können wir uns vor diesem geistlichen Niedergang schützen, indem wir die Furcht des Herrn suchen und uns aktiv mit seinem Wesen auseinandersetzen? Wenn wir uns auf Gottes Heiligkeit ausrichten, wird das Böse uns verabscheuigwürdig erscheinen. Ein Herz, das sich auf eine Sache konzentriert, die Furcht des Herrn. Der Psalmist sagt, richte mein Herz auf das eine. Unsere Herzen sind oft geteilt. Wir haben Lieblingswünsche und hängen an diesen, die uns ablenken. Doch ein Herz, das ganz auf Gott ausgerichtet ist, lässt diese Dinge los und erkennt, dass nur die Furcht des Herrn uns den richtigen Weg weist. Diese Furcht bewahrt uns vor der Verführung, gibt uns Klarheit und bewahrt uns vor falschen Entscheidungen. Was bringt mir die Furcht des Herrn im Alltag? Sie gibt dir die Klarheit, die du brauchst, um Gottes Willen zu tun. Sie lässt dich das Böse hassen, sodass du Entscheidungen triffst, die dich auf dem schmalen Weg halten. Ein Leben in Heiligkeit und Abscheu vor dem Bösen. Wir brauchen Horrorgefühle vor dem Bösen, um ein Leben in Heiligkeit zu leben. Der Heilige Geist will uns in diese Richtung leiten. Doch wir müssen uns ihm hingeben und aktiv die Furcht des Herrn suchen. Die Kirchen und Gemeinden sollten sich nicht um ihre Rituale und Traditionen kümmern, sondern um eine ehrliche und tiefe Abscheu vor dem Bösen. Lasst uns beten, dass Gott uns diese Furcht gibt und unser Herz auf das eine ausrichtet, dass wir seinen Namen fürchten und ihm in jeder Entscheidung, in jedem Gedanken und in jedem Schritt nachfolgen. Denn ein Leben, das Gottes Heiligkeit widerspiegelt, ist der größte Segen, den wir sowohl für uns selbst als auch für unsere Welt sein können. Gebt dieses Video gerne weiter, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare, dass auch andere auf dieses Video aufmerksam werden. Gott segne euch!